Und Thomas Trotzter von der SPÖ ist am Wort. Ich danke Herr Präsident, Frau Bundesministerin, ich möchte zunächst einmal sagen, dass ich Ihnen da glaubhaftes Engagement in dieser Frage nicht absprechen möchte. Und auch der Bericht, sowohl was diese Sexsäulen betrifft und die Maßnahmen ist, eine gute Grundlage ist. Ich glaube aber trotz allem, dass man hinschauen muss, wenn Menschen jüdischen Glaubens von der Kultusgemeinde gewarnt werden müssen, ihre Wohnungen zu verlassen. Und es ist kein Text aus den dunkelsten Kapiteln unserer Geschichte, sondern es ist ein sehr aktueller Text vom vergangenen Samstag, als Covid-Leugner, rechtsradikale Reichsbürger und ja, zugegeben auch andere, Verzweifelte durch Wien zogen. Und als vor 14 Tagen eine pervertierte Form des Davidsterns mit den Worten ungeimpft getragen wurde, ja, von einer vergleichbaren Demonstration, dann muss man sagen, vollkommen richtig, das ist fatal. Und ehrlich gesagt, da geht es nicht um Sonntagsreden, sondern darum, ganz klare Probleme zu benennen, die wir hier und heute haben. Klar ist, Antisemitismus ist nicht zu akzeptieren, durch keine Begründung und es kann auch keine Begründung für den Antisemitismus geben, weil es keine Gründe für Antisemitismus gibt, so einfach ist es eigentlich. Und es ist, und Jörg Leichtfried hat es heute auch schon betont und viele andere haben es betont, an uns allen eine unmissverständliche Haltung einzunehmen. Ich glaube übrigens, liebe und hochgeschätzte Eva Blimlinger, dass wir uns mit sprachpolizeilichen Ermittlungsmethoden, ob man jetzt Jüdinnen oder Juden sagt oder jüdische Mitbürgerinnen oder jüdische Mitbürger sagt, auch nicht entscheidend weiterbringen. Ich verstehe die Intention deiner Wortmeldung, aber es zeigt sozusagen, dass es ein sensibles Thema ist und ich würde niemanden absprechen, mit diesem Thema sensibel umgehen zu wollen, insbesondere dem Kollegen Leichtfried nicht. Aber gestatten Sie mir bitte, in meiner vorletzten Rede noch auf ein Thema zu sprechen zu kommen, das jetzt nicht unmittelbar damit zu tun hat, aber irgendwie doch, und ich zitiere einen Artikel aus der Wiener Zeitung aus dem Jahr 1773. Mit Vergnügen sehen wir, dass Herr von B. weder Juden noch Leute die andere Meinungen in einer oder einer anderen Glaubenslehre hegen, aus seiner Sammlung ausgeschlossen und mit ebenso viel Vergnügen unterschreiben wir das Urteil, dass die Toleranz in der Republik der Gelehrten noch weit mehr stattfinden müsste, als in jedem anderen Wesen. Ich wiederhole, die Toleranz jeden Glauben gegenüber muss in der Republik der Gelehrten stark stattfinden. Eine Botschaft, die 250 Jahre später immer noch richtig ist und die sich alle zu Herzen nehmen sollten, insbesondere jene, die im Moment die Wiener Zeitung zu Grabe tragen. Und den Intoleranten und den Geschichtslosen möchte ich auf diesem Weg ein Zitat von Odo Markath auf den Weg geben. Zukunft braucht Herkunft. Es gilt für das jüdische Leben genauso wie für eine der ältesten Tageszeitungen der Welt. Danke. So, Thomas Trotzter von der SPÖ. Er war Kulturminister der SPÖ und er verlässt die Politik. Eine Rede wird er noch halten, hat er angekündigt. Er war kaufmännischer Direktor des Wiener Burgtheaters und dann lange Jahre Generaldirektor der Vereinigten Bühnen Wien. Und, als auch hier sage ich, setz dich leidig über das K rankige repenteer war.